ich kann auch deutsch ich bin 17 jahre in mexico herzlich willkommen wir bewegen die energie über den körper wer möchte sich ein bisschen bewegen ja oder nein guten morgen ihr dürft auch lachen einfach lachen ohne grund denkt mal darüber nach was ihr heilen möchte ihr könnt ins feuer geben was du nicht mehr braucht denk aber auch darüber nach was du was du opfern möchte was du nicht mehr was du abgeben möchte wir möchten immer etwas bekommen in dieser gesellschaft immer gib mir gib mir wer kennt das reht euch dreimal im kreis bitte die maya sagen el jode mio das ich des ichs damit werden wir arbeiten hände aufs herz berühre deinen inneren respekt wir sind ein einzig herz mit mutter erde den sternen bringe ein ich heraus wieder zurück alle zusammen in un solo corazon bring dieses ich nun auf den kopf dass der kopf hier ist und die flüße oben und hüpfe ein bisschen damit kann man die geistige verwirrung heilen die jetzt herrscht viele krankheiten lass los mach deinen heiligen tanz lass los für all die bäume hier die lesen die pflanzen hüpfe weiter hüpfe weiter raueln los herz Mach einen Kreis, wie ein Kind, du spielst, du spielst, du spielst, wie oben, wie unten, wie oben, wie unten. Zärtlichkeit, Liebe, gebe in diesen Kreis alles hinein, was du möchtest. Da sind deine Kinder, da ist dein Heim, deine Liebsten, deine Organe. Erhebe dich nun, wir verbinden uns zu den Sternen. Es ist eine Ehre, ich bedanke mich bei Don Lauro, Don Chapito, du Meister, Maya. Bring dein Ich herunter, Herz, wir sind ein einziger Herz, es geht nur zusammen weiter. Das Allein durchziehen ist vorbei. Lass es sein. Lass es sein.